Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Funde Trust & Retray zusammen mit dem Sprachgewalt, guten Tag. Den Frame. Hallo. Der Julia drin. Hi. Dem Kaden. Ja, hallo. Und dem Maru. Hi. Okay. Wir hoffen, wir sprechen nicht zueinander. Das war sowieso zu schnell. Ja, weil, 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 du 17 und blablabla. Ihr habt doch nie, als hättet ihr noch nie mit mir aufgenommen. Das ist auch schon so lange her. Ja, stimmt. Klasse. Männer. Oh, meine Kiste ist voll, verdammt. Warum? Ich muss jetzt mal die ganze Kupfer rausnehmen. Muss ich jetzt irgendwo zwischenlagern. Verdammt, verdammt, verdammt. Mein Naga ist noch nicht fertig. Oh nein. Also für alle, die das nicht wissen, Wasserhund zählt ein bisschen anders als alle anderen Menschen. Wieso? 1, 2, 17. Wo ist das Problem? Ich hab viel zu viel Kupfer. Braucht jemand Kupfer? Weißt du, so manch andere, die dann so 1, 2, 3 und dann erstmal nochmal 5 Sekunden schweigen und dann fangen sie an. Ja, das nervt mich immer, wenn die Leute noch schweigen, wenn sie schon runtergezählt haben. Jetzt kommt die zweite Katze vom Fenster reingekrochen. Ey, für was macht man hier die Zimmertür zu, damit man seine Ruhe hat, wenn die Katzen dann im ersten Stock durchs Fenster reingehen? Ja, du hast die Tür eigentlich zuzumachen vor den Katzen. So Farben hab ich. Ich brauche erstmal Holz. Lasst euch nicht von mir stören, ich crafte den währenddessen. Ja, lasst euch bei mir nicht stören, wenn es im Hintergrund aunst. Ich schau mir jetzt das Ende von Minecraft an. Mäus! 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 Abspann, spiel vorbei, kannst gehen. Richtig, ich hab Minecraft durchgespielt, schon wieder. Mäus! 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 Ich hab' nicht mehr Sorgen, ich glaub' die gehört kastriert. Mäus! 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 Hat noch irgendjemand irgendwie Bricks über oder so? Bricks? Clay halt. Ich hab' noch Bricks. Welche haben wir? Wie brauchst du denn? Neun. Ja, komm her. On my way! Gibt's hier keine Diamond Saw? Ich brauch' ne Diamond Saw. Wird die nicht so gecraftet? Wie wird die hier gecraftet? Ja, was? Was ist der Scheiß? Das ist ne Diamond Saw. Boah. Scheiße, ich muss kurz reconnecten. Die wird anders gecraftet, ne? Ah. Wahrscheinlich. Ah, ist das nervig, ein Haus wieder abzureißen, nur ums dann anständig aufzubauen. Stone Stick? Wie mach' ich denn? Stone Sticks? Zwei Steine? Ja. Anstatt zwei Holz? Äh, richtige Steine oder? Koppel. Koppel. Koppel hab' ich genug. Ich kann's dir generieren lassen. Betreten sie mein Haus. Äh, du darfst jetzt einmalig hier rein. Juhu! So, äh, hier links die Kiste, die da in der Arm hängt. Diese kleine hier, da. Ah, okay. Ich will mal die Bilderswand haben. Aber nicht mehr als neun. Das sind Seared Bricks. Ach, was brauchst du denn? Die normalen, die, äh, Dingsi, die aus dem Ton. Mach' ich dir, mach' ich dir. Ach so, Alter, dann nimm' dir da unten den Clay. In der unteren Kiste. Ne, komm eben bei mir vorbei. Komm, komm, komm. Ich komm, ja, ja, ich komm bei mir vorbei. So, vielen Dank. Seid ihr wissen, wer ist beiseit, zählt diese Nachleidemod nicht. Wo, wo steckst du denn überhaupt? Ich bin bei mir im Haus. Moment, ich sollte mich mal wieder richtig morphen. Du bist bei dir im Haus? Ja. Da haben wir noch Diamond Serror, das haben wir schon mal. Das brauchen wir. Wo war dein Haus gleich? Jetzt brauchen wir Sand. Links neben deinem. Ach, du hast dir, du bist, ach stimmt ja, hab' ich grad vorgelesen, letzte Folge irgendwie. Ach, da bist du ja schon. Hi. Haben wir das? Stimmt, ich hab' gesehen, dass du hier irgendwie der Außen ausgestoßen oder sowas irgendwie hingehst. Ja, das war, als ich den Fluch hatte, musste ich ja die Folgen als grün aufnehmen. Ja, stimmt. Das Haus ist mittlerweile rot. Und hier sind die drinnen, oder was? Ach, ist das von Ende? Nein, nein, die sind in meinem normalen Haus. Achso. Du kannst halt in deiner Folge die Wohl abreißen und dann in deiner Farbe und andere Wohl dranhängen. Ach, stimmt ja. Ja, aber man darf das nur, wenn man da alleine dran gebaut hat, weil ich das verstanden habe. So, einmal reinkommen. Ja, wieso? Danke. So, und dann, Moment, das brennt ja hier schon. Guck mal, hier vorbereitet. Guck mal, hier brennen Bricks. Oha. Oh, das ist super, danke dir. Ich brauche auch nur die drei dann. Ach, du brauchst nur drei. Also die neun so. Achso. Ich will die Blumentöpfe haben, weißt du? Ah. Blumentöpfe? Blumentöpfe, genau. Die machst du halt. Machst du ja nur mit Dings. Blumentöpfe? Dekorierst du? Ja, ja, Blumentöpfe. Ja, ich dekoriere auch dann. Du kommst, du kannst aber auch nicht aus deiner Haut, oder? Wie, was meinst du damit? Du musst immer alles topoptimal dekorieren. Und bauen, oder? Es geht... Gar nicht so. Ich hinterlasse dir mal da irgendwie so... Oh ja, vielen Dank für dein Glied, oder? Ja, bitte. Dann haben wir schon mal das. Ach, ich hab dich verwechselt. Ach, bin ich doof. Der Harpe, den du meinst oder wem? Nee. Aus irgendwelchen Gründen hab ich dich jetzt... Herr Creeper, hau ab! Mit, äh... Ich hab's vergessen. So, jetzt brauch ich's. Der Creeper vor mir flieht, das ist so lustig. Das brauch ich auch noch. Das ist so, ja, deswegen ja mit Karten, hab ich ja gesagt. Aber mit dem, das machen. Ach, man kann aus Basalt keine Treppen machen, nur aus Basalt-Kobbel. Du Scream. Auch gut. Du Scream. Man kann ja auch... Wo bist du denn eigentlich? Kann man bei sein, komisch. Was bitte? Wo bist du denn eigentlich? Ich bin in der Safe Zone, ähm, aber ich weiß nicht, ob du das so einfach findest. Äh, dort wo du die letzte Folge gebaut hast, also die aktuelle grad? Ja. Okay, dann find ich's. Ja, vor allem das ist eigentlich richtig schön vom... Von deinem Haus aus weg. Das nennt man eigentlich recht schön. Ach genau, ich wollte eigentlich auch gucken, wie's da... Ob du da Fortschritte gemacht hast mit deinem Haus. Ja, ein bisschen. Ist ja auch schon ein bisschen her, als du das letzte Mal geguckt hab. Ja. Ich hab auch lange jetzt nicht mehr aufgenommen, ich nehm jetzt das erste Mal auf, seit unserer letzten Aufnahme. Ach so. Ach trotzdem. Ja, ich hab die ganze Zeit nicht mehr aufgenommen gehabt. Ui. Mit Folgen. Oh, shit. Weil ich... Weil ich... Immerhin fünf Stück. Was? Was? Immerhin fünf Stück so. Genau. Ja, Glowstone und die Farbe jeweils. Ich muss irgendwo noch ne Kiste haben und weiß nicht wo. So, Glowstone. Äh, als was warst du gemorpht? Mandrake. Ein, zwei? Das ist ne alte Rhone. Hat sie den schon? Wow. Hat noch jemand Kaktus Green? Hat noch jemand Kaktus Green? Ich hätt doch... Park und T. Kaktus Green ist im Gemeinschaftshaus noch irgendwie zwei oder drei Einheiten da. Okay. Äh, Julia? Mal geh halt weg da. Was, was für einen Moment? Ich steh draußen. Ich bin der Baum. Kann man nicht im Blumentopf was reinpflanzen? Das sieht so gut aus. Konnte man nicht im Blumentopf was reinpflanzen? Cool ist das dann. Irgendwie schon, ja. Aber warum ist... Warum geht's im Gemeinschaftshaus Kaktus Green? Wer hat da was mitgemacht? Ich hab was mitgemacht. Ich hab mir eine Waffenbox gebaut. Dankeschön. Hast du dir ein Leuchfeuer gemacht? Ja. Ja. In welcher Kiste? Cool. Ich hatte zuviel. Nee, hast du was. Ich wollte grad sagen. Ah, das weiß ich nicht. Du musst es haben. Kann ich jetzt irgendwas besonderes? Nein. Du kannst unter Wasser schwimmen. Du kannst in Lava schwimmen. Du kannst fliegen in jeglicher Form. Boah. Was haben wir noch drauf getan? Auf Deutsch gesagt, ich darf jetzt nicht mehr sterben. Du kannst ja dann kurz... Du müsstest auch so ein Ferzen mehr haben, glaub ich. Mhm. Also eigentlich hast du das, was du vorher schon hattest, durch die Gene von mir. Aber hast du noch zusätzlich, ähm, größer Effekt auf deine Schläge. Stimmt. Den haben wir auch drauf. Und das Ender Heal. Cool. Genau, das Ender Heal auch noch. Dankeschön. Du kannst nicht, wie ich stirb einfach. Mein Gott, ey. Ja, es tut mir leid. Sei doch nicht immer so unfreundlich zu mir, ey. Ja, echt, ey. Was machst du denn hier? Von einem Kack? Von einem Kack? Von einem Kack? Von einem Kack? Warum rennst du auch als Baby zum Gemitant durch meinen Horns? Ach, ne, wie ist das immer noch da? Ich versteh das nicht. Wie macht man denn in die Blumentöpfe Zeug rein? Ja, das haut nur mit kleinen Blumen hin. Ach so. Ich hab meinen Kaktus aus nem Blumentop. Also man kann's auch nen Kaktus reinpacken irgendwie. Ja, da muss ich ja nochmal irgendwie gucken gehen, dass ich sinnvolle Blumen dafür finde. Okay, okay. Ich hoffe, ich bohne noch mehr Kaktus-Green. Das hilft doch nix alles. Egal. Was bekommst du für Sand? Oh, mit Fallschaden? Ist das so cool, wenn man keinen Fallschaden mehr kriegt? Das ist perfekt für mich. Das ist so super echt. Wir müssen auch dran denken, dass wir bis zur 50-Todesstrafe dann Antigen haben. Bist du Antigen? Wieso? Ja, weil diszipliniertes durchziehen und nicht fliegen, das ist vollkommen egal. Diszipliniertes durchziehen und nicht fliegen, das ist vollkommen egal. Ja, diszipliniertes durchziehen und nicht fliegen, dass du drückst, das kriegst du hin. Dann hast du halt eine Strafe. Also, da musst du selber aufpassen. Finde ich. Durch Klappen. Blumen, Blumen, Blumen. Ich hab halt irgendwas mit Franzosen gelesen, aber da steht Zeug. Und das ist so perfekt, weil der meisten Schaden meiner Rüstung kommt. Alles klar, ey. Wo ist denn? Achso, ich wollte den Skyshopper. Ich bekomm ohnehin den meisten Schaden auf meine Rüstung, aber doch Fallschaden. Dadurch ist das richtig perfekt für mich. Ja, schaut so aus. Vielleicht nen Aufzug bauen? Du, ihr Hühnchen. Vielleicht bloß nen Aufzug. Ach, das soll ich auch nicht sein mit der Hand halten, gell? Ja, mal sehen, dieses Buch öffnet. Also, was kann man so schönes bauen? Normalerweise ist es doch so, wenn ich ne Treppe bauen würde und würde die Treppe mit Zaun einkleiden, würde es ja zum Garten gehören. Dann dürfte nie jemand mal ne Treppe kaputt machen. Mal davon abgesehen, dass es eh Saved Zone ist, aber trotzdem. eine Bärenfalle. Ich wollte grad sagen, das Halbste brauchst du ja keine Kopfstube machen. Was eh egal ist. Jetzt sammle ich Blumen halt selber, das ist eh besser. Achso, brauche ich mehr. Was brauche ich davon? Was machst du denn schon wieder, Ratha? Ich baue mir mein Lager auf. Uh. Viel Spaß. Na mal. Ich glaube, das werde ich später auch noch machen, das hört sich nämlich interessant an. Ein Lager aufbauen? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht. Achso. Das hört sich interessant an. Das stimmt, ja. Das ist ein komisches Gewechseln. Ja. Muss auch irgendwann mal machen. Aber... 23 Stück brauche ich, okay. 23 Stück. Ich bin hier echt hart an der Grenze, dass das wirklich noch als Saved Zone gilt hier. 23 Stück. Na gut, aber solange es hart an der Grenze ist, geht's ja. 23 Stück. Naja, ich denke schon, dass das noch passt. 23 Stück. Boah, die ganzen Rohstoffe. Ich könnte hier stundenlang in dem Spiel, also mit dem Mod, ne, nur mit Farm verbringen, ey. Unglaublich. 23 Stück brauche ich. Und dann bist du immer noch nicht fertig. Ne. Du sagst es. Redstone. Stück. So, ich könnte vielleicht mal einmalig daran denken, ein Schild reinzupappen, dass es hier meins ist, ne? Wäre besser. Bitstone. Wenn dir klaut dir jemand das Haus. Solltest du tun, ja. Das Haus. Mich wunderts echt, dass es niemand gemacht hat, nachdem ich jetzt so lange nicht auf dem Server war. Vielleicht waren die anderen so lange einfach beschäftigt mich mit was anderem. Ja, wahrscheinlich. Boah, das sind einfach passiert. Du darfst eh in der Saved Zone weder was kaputt machen, noch klauen, noch sonst irgendwie. Von daher ist es... Na dann. Nicht einmal das Haus kreien. Da hat er keine anderen Blumen. Ich hoffe, die gehen alle. Interface Pipe. Oh, Sonic. Wo handeln wir noch? Was ist das nicht für'n Geräusch? Mach nur eine richtige Spinne. Guten Tag. Achso, dann muss ich erstmal oben zumachen. Sonst habe ich ein Problem, wenn ich oben mich zumache, ne? Ja. Aber wenn ich oben zumache, dann muss ich... Wenn ich oben aufmache, dann geht das ja. Oh, jetzt hab ich mal Glas kaputt gemacht. Ich depp. Okay, hab ich da noch Glas. Komm mal her, liebe Spinne. Ich hab noch einen Schlag für dich über da. Haha. Pff. 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 ganz sicher. Geilomat, vielen Dank. Bitteschön, mal gerne. Bei Rose, den Ecken. Okay, dann verbrauche ich jetzt noch ein bisschen mehr, aber das kriege ich hin. Das ist ja super. Und dann kannst du quasi jede Holzart da, äh... Und dann kann ich jedes Material imitieren mit dem Zaun, genau. Jedes? Dann kannst du auch dann Steine sozusagen. Ja, ja, genau. Du setzt quasi den Kabel des Block dann hin, also was immer du gecraftst. Achso, du hast also deine Tüter gebaut? Genau, und so habe ich meine Türen gemacht. Und dann kannst du einfach, äh, also das Material machst, in dem du Material in die Hand nimmst und dann auf den Carpenters-Block, den du gemacht hast, draufklickst. Und wenn du so einen Carpenters- Hammer hast, dann kannst du auch noch die Struktur ändern. Hat mir alles Frame beigebracht. Die Struktur ändern? Ja, ist echt super cool. So, jetzt aber hoffentlich... Nein, wieso gehen die Blumen nicht? Ich kriege einen Fall. Da? Na gut, die geht. Das passt ja schon mal. Die wollte ich hierhin machen, die geht nicht. Äh, jetzt muss ich Blumen... Julia? Ich bin an deinem Haus, mit meiner Tür. Ach, Entschuldigung, ich dreh um. Boah, ich will diese doofen Wolken hier wegmachen, sieht das dem nicht aus. So, egal, ich, jetzt, ich mach jetzt erst mal eins. Du, wie am Tag. Dass das aussieht... Was denn? Du... Oh. Wasser... Wasser macht den... Dach ist schön. Bitte schön. Ähm, du setzt die ein und dann kannst du mit rechts drücken, mit jedem Material da drauf machen und dann nimmt die Tür diese Farbe an. Ah, cool. Und wie... Ach, dann kann ich jetzt mal schauen, wie man diese Tür macht. Mal gucken. Wie macht man die? Ah, das war die falsche Taste? Welche Taste waren das nochmal? Ja. Warte mal, wieso muss ich doch U drücken, damit ich sehe, was ich mache damit? Ist ja geil. Irgendwie doch nicht. Versuch mal mit R. Mjaps, Cody. Yay. Nein, R ist da Tieren. Irgendwie, das soll ich da durchdrehen. Da ist gar keine Pipe dran, ist das egal? Zu wenig Erde, ich glaub's nicht. Könnt ihr mir quasi Teleporter bauen überall in meinem Haus? Das ist ja geil. Ah, so. Ach du Scheiße. Okay, ich schwörst es eigentlich gar nicht, man braucht nur Holz, wenn ich... Naja, ich seh's gerade. Aber was dem Kaffee-Desport natürlich jedes Material benutzen kann, ist ja viel geiler. Ich hab den Creeper verjagt. In dem Boy, ich bin steins. Hab ich nicht vorhin irgendwo Holz pulverisiert? Doch. Wie kann ich daraus Papier machen, aus den Woodchips? Reihe nebeneinander. Alles klar. Oh, Papier? Es ist gut, dass du das herstellen kannst. Ah, ich hab ne Farben bei mir im Haus. Hm. Ja, Woodchips. So, Colton Nuggets und Redstone. Hab ich ja zum Glück alles hier? Aber das ist natürlich geil, da ist mein Kistenraum um safe. Praktisch. Weil er keinen Eingang mehr hat. Hm. Nur ein Portal. 14 reichen gar nicht, ich brauche davon mehr. Ich brauche mehr Papier. Wisch. Unglaublich. Ich brauche wieder. Was soll ich dir? Kann ich noch eins tiefer packen, ist die Frage? Ich muss ja gar nicht viel mehr machen. Hm. Ach Gott, das holst du ja da hinten dran. Ah, okay. Okay. Uh. Dann heißt der Blöcke. Egal. Arkaden, dein Vorgarten schaut leicht gefährlich aus. Ein Vorgarten schaut gefährlich aus? Ja, mit den ganzen Figürchen. Das ist auf Frame. Ich hätte die ganzen Figur nicht aufgestellt. Ach so. Ich muss nur an den richtigen Ort kommen, und zwar hier muss das Portal sein. So, wie weit bewässerte Wasser? Acht Felder weit, glaube ich, ne? Vier. In jede Richtung. Vier in jede Richtung. Hm. Ja, eins, zwei, drei, vier. Ich fliege ja voll da nicht hin, wo ich hin wollte. Ach Mist. Egal. Fliege ich halt woanders hin, da wollte ich auch mal hin. Ach Skeletten, lass mich in Ruhe, ey. Hier. Perfekt. Was ist das für ein Baum? So, Glowstone, und jetzt wird Glowstone in den Boden verziert. Geht jetzt das Tropiccraft-Tor schon oder nicht? Wir wissen nicht wo. Ach so. Das war klasse. Wir wissen nicht wo. Ich dachte, das ist irgendwo in der Sales Zone, neben dem Haus von Dito. Da war es mal, aber auch viel schräg, ne? Also hat das nicht umgesetzt gehabt? Wir können ja mal Nefias fragen. Ich glaube, der hat es gesetzt. Was uns das sagt. Ach, der ist ja auch noch da. Ja, den müssten wir eigentlich mal finden und umlegen, oder? Ja, andersrum vermute ich eher. Moment, was bedeuten, dass das da 05 neben meinem Namen steht? Dass du fünfmal gestorben bist. Du redest schon von der Ding. Im Spieler. Ich dachte, ich wäre irgendwie cooler, weil ich mehr habe wie ihr. Oh, wir können alles das Glowstone machen. Wer steht an der Grenze der Safe Zone? Das Tropical Tor. Nefias und wartet auf uns. Jetzt wahrscheinlich schon. Ey, spinne hier auf. Eins, zwei, zwei. Der Stein gefällt mir. Ach, Skelett, lass mich in Ruhe. Du hast heute aber auch Probleme, oder? Ja. Unglaublich halt. Das Seil koppelst du, muss er dann... Ist ja schon fast bemitleidenswert mit dir hier. Ja, aber nur fast. Fast kein Mitgefühl für ihn, oder wie? Muss ich da mal gucken. Es gibt da mit Sicherheit auch voll die coolen Beleuchtungen hier. Ja, klar. Ich habe bei mir eine relativ coole Art verbaut. Oha, das ist ein Loch. Was hast du gemacht? Ich habe verschiedene Fences aus Carpenter-Blöcken gemacht und dann Glowstone reingesetzt. Oh, echt? Oh, das ist brillant. Geile Idee, ja. Jetzt sieht es aus, dass ich so Leuchtstäbe rumstehen. Sieht gut aus. Ich gucke mir gerade alle geschisselten Glowstones an. Kann ich da auch geschisselten Glowstone da reinpacken? Ja, habe ich auch. Das hat sich so falsch gesagt. Du kannst Glowstones schisseln? Ja. Na? Klar, natürlich. Das kannst du nicht schisseln. Basalt. Bin ich die Einzige, die nicht weiß, was das ist? Ja. Meißel. Okay. Gut. Dann wäre das auch geklärt. Alles klar. Aber Basalt kann man nicht meißeln. Doch. Wie denn? Du musst den Feuer brennen. Ja. Genauso wie Marmor übrigens. Das musst du auch Feuer brennen. Ich habe gerade Basalt. Ne, Basalt nicht. Sorry. Zählen kopflose Zombies als welche mit Wut auf? Basalt machst du so gut, dass du musst du brennen und dann musst du es immer vierer Blöcke einordern. Ja. Da kannst du trotzdem was ändern. Ja, dann sieht das so aus wie bei meinem Haus. Ah, ich passe halt. Bricks. Ah. Ja, und die Bricks kannst du nochmal. Achso? Die Bricks nochmal und vier mal vierer. Ne, zwei mal zwei anordnen. Ah. Also schau. Was ist denn aus? What are you now? Mein Gott, meine Achse ist ja fast im Arsch. Und ihr gefällt mir ja glatt schwarzen Boden besser als die. Sind das diese, das ist hier die Carpenter. Ah ja, okay. Okay, alles klar. Das ist echt, das sieht geil aus. Das kopiere ich mir, wenn das recht ist. Wie viel brauche ich denn jetzt davon? Ich habe 14, 15, 16. Ja, dann passt das so vom Stil her. So war es noch. Ups. Kopiere ich. Wir sind ja alle in dem Stil. Du kannst mit einem Hammer dann noch das Aussehen der einzelnen Zoll noch verändern. Was immer richtig krass ist. Cool. So, weiter gestellten Blusen ausprobieren. Erstmal muss ich jetzt. So, und aus den Karten kann ich jetzt mit Redstone. Hmm. Lila, Lila, da brauche ich ja schon wieder Grün. Ne, warte mal. Für Türen brauche ich. Lapis und Green, ne? Lapis und Green, genau. Kann sein. Wasserartischocke kann ich nicht so anbauen, ne? Auf Wasser. Wasser? Ach, komm mal her, du Scheiße-Loll. Ja, okay, logisch. Wasserartischocke, ist klar. Das ist der schöne Glowstone, ja. Das ist der schönste Glowstone, definitiv. Eindeutig zu wenig Kaktus-Green. Das ist so großartig mit den Karpentons. Ich habe ein Stack. Hm? Ich habe ein Stack Kaktus-Green. Echt? Hm. Kann ich haben? Kannst du auch selber schnell holen. Ich habe einfach nur draußen gefarmt. Blaue Blumen, äh, Lila Blumen und gelbe Blumen. So viel Kaktus-Green-Brownie, kann ich zehn haben von dir? Ja, musst du herkommen. Wo bist du denn, oben bei deinem Haus? Ja. Wir stehen hier Kisten. Welches ist denn deins? Scheiße. Das Haus mit dem geschüsselten Cobblestone. Aber nicht, dass das aus Wolken gebaut ist, ne? Nee. Na, kratsch, was mach ich denn da? Die muss ich auch noch nehmen. Wir stehen hier Kisten vor dem Haus. Geschüsselter Cobblestone. Blaues Haus, blaues Haus. Blaues Haus, blaues Haus, blaues Haus. Da hinten ist ein rotes Haus. Hast du einen Garten auf dem Dach? Ja. Auf dem Dach nicht. Was? Einen Karten auf dem Dach? Ich habe einen Garten auf dem Dach. Was? Ich bin nicht auf dem Dach. Weiter darf ich nicht. Hallo? Hallo, kannst reinkommen. Ach, was? Kannst reinkommen. Kannst reinkommen, yay. Sag mal, wo ist denn hier jetzt das doofe Zentrum? Hier muss ich draufstellen und ducken. Ah, come on, ey. Geh nicht. Ducken. Wie oft? Ah, nur einmal. Ah, interessant. Und wo kriege ich jetzt, äh... Äh, weil das habe ich, glaube ich, in die Kiste gepackt. Wie viel brauchst du? Ähm, zehn, sag ich mal. Zehn. Kannst du auch später wiederhaben. Ich züchte ja Kaktusse bei mir. Kakteen. Jetzt muss ich einfach springen, oder was? Richtig, genau. Wieso ist da eine... Bin ich noch einmal? Oder bin ich hoch von? Nee, du kannst jetzt, muss ich fliegen. ...vom Piraten. Ich hatte nicht genug Wolle. Ich hatte genug Wolle. In der Safe Zone? Hast du, hast keine Wolle? Nicht genug Wolle, ich brauchst acht Wolle dafür. Achso, richtig. Dass er selbst aufgestellt hat, oder wie? Du, nicht für ein System gebaut, eigentlich? Nee, irgendjemand. Ach, das ist ein DNS-System. Okay. Ja, das billige, aber wenn ich jetzt, äh, äh, die DNA machen möchte, gehe ich zu Karten. Und ich glaube, es sei mir sein Haus aus. Ja, und wo ist jetzt das Portal? Das Tropicraft-Portal. Hier ist das Portal, hier. Wo? Wo, wo, wo? Hier ist das Portal. Was für das Portal suchst du? Nee, das Tropicraft-Portal. Achso, nee, das weiß ich nicht. Bin wieder weg. Ich weiß, dass ich mir nicht gerade schon mal hier bin, kann ich irgendwie, aber... Nee. In der Grenze des Safe Zone, das ist eine gute Aussage. Ja. Am Grands? Oh, okay. Am Grands, das... Was? Beim Grenzen des Safe Zone. Beim Grenzen des... Achso. Er ist nicht verschrieben. Oh, gut. Ach, Lappels. Das wird voll tricky, meinen Teleporter wiederzufinden. Ich glaube, ich darf kein weißer... Oh, ich sehe so geil aus, der weiße... Ich werde es hier nicht finden. Ich weiß ja jetzt schon. Ich fliege doch hier nicht noch drei Stunden durch die Pampa. Eins, zwei, drei... Ich weiß ja noch nicht mal, wie das aussehen soll. Ich auch. Da habe ich nur so einen Liegestuhl. Ja, okay, da haben wir das ja schon mal. Du brauchst ja eh den, 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 den Drink, um da reinzukommen. Richtig. Achso, ja, dann, 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 dann hat es ja eh gar keinen Sinn. Obwohl das nicht schwer ist, eine Pina Colada. Coconut Chunk, das geht einfach. Empty Bamboo Mark. Geht auch. Brauchst du die Bäume hier noch? Ah, da brauchen wir Eisen. Ist ja ein schöner Stein. Wofür ich kann das noch auswendig alles, was? Brauchst du die Bäume hier noch? Du kannst die ja nach wie ein Anpassung, kannst du fällen, wenn du willst, zwischendurch. Boah, hier ist so ein fieses Skelett. Hallo fieses Skelett. Hallo. So, Item Instructor, Extractor Zone. Jetzt muss ich wieder lesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ah ja, so, Filter. Filter Mode. Ich habe keine Ahnung mehr. Shit. Alles gut. Ich glaube, am Anfang ist alles. Da gibt es eine Whitelist. Items are Whitelisted. So. Wir haben einen Server drauf. Items are Blacklisted. Nee, die müssen Whitelist jetzt sein. Oh, dieser glatte Korbel, der glatte Glowstone ist ja geil. So ein komplett weißer Block, der leuchtet, ist ja voll cool. Kommst da rein, okay. Das ist gut. Ich fühle mich gut an, ein weißer, der leuchtet. Kannst du einfach zu meinem Haus kommen, da siehst du es ja. Au. Wenn der Weibfuß ist. What the fuck? Nee, leider nicht. Was machen die verdammten Minizombies hier? Kein Sinn. So, jetzt brauchst du das. Komm mal her, hier. Wir sind Kakteen, da könnt ihr euch selbst dran umbringen. Ha, ha, ha. Vor allen Dingen zählt das ja wohl nicht als geötet, wenn wir es sich selbst. Okay. Ach, ich brauche viel Orange. Bist du Helm ja nicht. Orange, mach ich aus gelb und rot, das kann ich dir so gut machen. Ja, wahr. Ach, da ist er. Ich sterbe auf mein Kaktus. Ja. Pech gehabt. Ja, ich hatte keine Lust, die selbst zu töten, weil da war einer mit Hut dabei. Weißt du? Ja. Ihr und eure Hutstrafe. Ich brauche 22. 22. Ich kriege doch immer zwei Farben raus, oder? Boah, ich brauche jede Menge davon. Scheiße, ich brauche viel zu viel. Boah, warte mal, gucken, wie viel ich kriege. Das sind immer 48, das reicht ja überhaupt noch nicht. War nicht ganz symmetrisch, aber gefällt mir. Mir immer was zu essen abzieht, wenn er sein Lebenspunkt vorbezut. 24, das ist ja gerade mal die Hälfte. Ich brauche noch gelbe und rote Blumen noch viel mehr. Scheiße. Entschuldigung. Ja, ich brauche auch noch irgendwie Blumen. Hübsche Blumen. Kein Problem. Zum in den Topf pflanzen. Wegzoll. Kannst du Tomate anpacken, oder? Davon habe ich ein paar. Nee, ja, Tomaten habe ich pflanze gerade selber an, aber ich meine, richtig hübsche Blumen für den Blumentopf. Ich habe erst eine gelbe irgendwie. Ich brauche noch rot und ich weiß nicht, was man noch in den Blumentopf packen kann. Kannst du die von Natura reinpacken? Nee, viele von den Blumen gehen einfach gar nicht. Okay. Funktionieren nicht. Ich will nicht. Ja. Ich brauche gelbe und rote Blumen. Oh, Leute, die Folge nervt sich langsam dem Ende. Ah, noch eine Minute können wir noch. Minute können wir noch. Oh, das sieht so voll nobel aus. Ich will heute auf jeden Fall mein Itemsystem fertig kriegen. Das wäre schon richtig geil. Dafür brauchst du Blumen? Ja. Ich habe das Gefühl, das ist nicht der Weg zu meinem, nein, das ist nicht der Weg zu meinem Haus. Ich folge jetzt einfach und gucke, ob du coole Blumen findest. Hast du nicht den Waypoint dafür? Au. Doch, aber ich laufe immer den falschen Waypoints nach. Da kann auch irgendeine rote Blumen sehen. Irgendwo hat er gerade rote Blumen. Ich wollte gerade sagen, dass die Farbe erinnert. Ah. Hat die irgendwo zwei rote Blumen da hinten an. Ach, siehst du? Gut, dann muss ich noch rausfinden, wie das geht. Alles klar. Dankeschön. Ich glaube, links klick. Eine rote Blumen. Die war eine rote Blumen. Verdammt. Ich habe es. Mit links klick drauf und dann mit dem Rausrad durchscrollen. Du kannst die Farbe erinnern. Außer du bringst mir orange. Das ist die Mute oben. Super, danke. Ich muss damit orange machen. Die Mute ist oben. Ja, dann Folge beenden, wa? Ja, Folge beenden. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.